Kennst du den? Das ist Clemens. Der Chef. Ich auch. Wir sind beide hier. Ich und ich. Ein Spieler, guck mal da. Guido Burgstaller auf dem Weg zum Training. Guido, gute Leistung. Weitermachen. Mal loben die Jungs. Komm, gehen wir. Der FC Schalke ist ja eine richtige Talentschmiede. Das wissen wir zwei natürlich. Was sind denn so die größten Namen? Lasst uns das abwechselnd machen. Immer ein du, immer ein ich, wer uns da einfällt. Özil, Raketic, Olaf, Kolossinac, Sané. Wir haben ja dann doch ein, zwei leider gehen lassen müssen. Aber jetzt mal ehrlich, Ausstiegsklausel. Das muss doch nicht sein, oder? Was sagst du dazu? Also ich. So eine eingefahrene Unart, sag ich immer. Wenn die Liga sich einig wäre oder ist das in Zukunft nicht mehr zuzulassen, dann wäre es mir auch wohler. Bei uns hier gibt es auch keine Ausstiegsklausel. Oder hast du schon mal gehört, dass ein Mitarbeiter sagen kann, hier für 12 Millionen werde ich hier aus dem Büro rausgekauft? Ja, wir haben solche Mitarbeiter, die sind so wertvoll. Aber so richtig gefordert. Hier kommt doch keiner wieder raus. Keine Schweine, keine Rinder und auch keine Dortmunder. Die kommen hier gar nicht erst rein. Wir haben ja auch hier so ein paar Spieler verewigt. Gibt ja jetzt demnächst auch bei uns hier im Betrieb die Tee-Wurst Tedesco. Die Tee-Tedesco-Tee-Wurst, ja. Richtig, genau. Also den Hintersief am Arbeiten. Den Hinterschinken-Heidel. Den Hinterschinken-Heidel, ja. Weil das das wertvollste Stück ist. Ja, und ich habe gerade aus dem Sortiment wieder rausgenommen den Met-Igel Max Meier. Den habe ich jetzt erstmal wieder rausgenommen. Das war wie ein Original von Clemens. Ja, absolut. Ja, top. Er hätte von dir sein können. Ja, er hätte von mir sein können. Wie viel fahren denn dieses Jahr mit nach Russland? Aktuelle Schalker? Ja. Ich glaube einer ganz bestimmt. Ja. Und zwar wir zwei. Ja, wir fahren auf jeden Fall mit. Aber du mir eingefallen. Clemens, bitte nicht als Spieler. Nein, nein, nein. Nein, du weißt. Man muss das machen, was man kann. Fleisch. Na 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 na. Fleisch ist Fleisch. Na 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 na. Ba 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 ba. Fleisch. Na 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 na. Fleisch ist Fleisch. Na 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 na. Denn nur Fleisch gibt mir Power. Nur Fleisch gibt mir Kraft. Gemüse ist der Bauer. Und Obst kommt in den Saft. Denn nur Fleisch macht mich glücklich. Nur Fleisch macht mich froh. Egal ob Rind. Egal ob Huhn. Egal ob Schwein. Ich schlachte alles rot. Fleisch ist Fleisch. Fleisch ist Fleisch. Na 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 na. Ba-la-ba-ba-fleisch, na-na-na-na-na, Fleisch ist Fleisch, na-na-na-na-na, Fleisch ist Fleisch, mein Herz schlägt auch für Schalke, Fleisch ist Fleisch, mein Herz schlägt auch blau-weiß, Fleisch ist Fleisch, da zählt nur echte Arbeit, Fleisch ist Fleisch, da zählt nur echter Schweiß. Fleisch, na-na-na-na-na, Fleisch ist Fleisch, na-na-na-na-na, Ba-la-ba-ba-fleisch, na-na-na-na-na, Fleisch ist Fleisch, na-na-na-na-na, Fleisch ist Fleisch. Ja, da muss ich sagen, das hat mir großen Spaß gemacht, Mensch, toll, ich wusste gar nicht, dass ich so ein geiler Typ bin. Und wenn du so weitermachst, dann wirst du noch ganz echt, echt, echte Liebe, oder? Ich bin doch nicht ganz echt, hör mal, alles klar, hör mal. Wenn, dann sind wir sowieso nicht ganz echt. Das ist vollkommen richtig. Ich bin bei dir auf deiner Seite. Alles klar, ne? So, du gehst in Betrieb, ich geh ins Büro, mach's gut, ne? Bis morgen. Doch, die Arbeit froh, ja. Alles klar, wir sehen uns heute Abend beim Abendessen. Tschüss, Mario. Fleisch ist Fleisch, na-na-na-na-na, Fleisch ist Fleisch, na-na-na-na-na, Ba-la-ba-ba-fleisch, na-na-na-na-na, Fleisch ist Fleisch, na-na-na-na-na.